und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt in diesem video geht es um das honor x8 und dies ist das neue von honor vorgestellte smartphone erst mal nur in china kommt aber hoffentlich auch zu uns nach deutschland und das wollen wir uns in diesem video mal ein bisschen anschauen ich will ein bisschen schauen für wen das in frage kommen könnte was es so drauf hat und in welche kategorie man es einordnen kann was die stärken und natürlich auch die schwächen sind ich hoffe ihr freut euch darauf ein kurzer disclaimer noch bevor das eigentliche video beginnt ich würde mich sehr übern like und vor allem über freund das wäre sehr sehr nice support und damit würdet ihr mich sehr sehr unterstützen jetzt aber auch schon los mit dem eigentlichen video so und fangen wir mal mit dem display an das 6,7 zoll groß und gehört damit zu den mit größten handys wieso gibt es ist nicht unendlich viel größer als der durchschnitt aber die wirklich großen händlichen so bei 6,8 soll hier mit 6,7 soll ich finde 6,4 soll immer eine sehr sehr angenehme größe das kann man dann gerade so mit einer hand machen wir bedienen aber schon schwierig mit 6,7 soll kann man das halt komplett vergessen aus man hat irgendwelche riesen pratschen und deswegen muss ich halt sagen dass es halt wirklich nichts für leute mit kleinen händen also einen handbetrieb kann man jetzt nicht wirklich erwarten da werdet ihr niemals allein das obere drittel wahrscheinlich einkommen da tue ich mich bei 6,4 soll schon schwer das ganze display ist leider nur ein ips display was an dem display ansicht der größte kritikpunkt ist wir haben jetzt zwar sehr sehr schöne 90 hat die ich persönlich sehr sehr cool finde bringt uns aber nicht so viel weil mir ist amoled immer deutlich lieber bei amoled wenn einfach die pixel einzeln beleuchtet das sorgt einfach für einen besseren schwarzwert und sieht meiner meinung nach einfach besser aus dafür haben wir aber eine normale full hd plus auflösung das freut mich ppi liegt hier bei 391 das ist normal das ist nicht sonderlich schlecht und das finde ich immer ganz cool werden letztens ein smartphone da war die ppi bei 250 oder so und das war dann halt wirklich nicht mehr schön anzusehen kartenstilz haben wir leider keinen nun es gibt soweit ich das sehen kann auch eine einzige version und diese besitzt 128 gb massenspeicher und dabei 6 gb ram und zum thema ram werden wir jetzt nachher auch noch kurz kommen als prozess haben wir hier den snapdragon 680 4g der wurde im 6 nanomillimeter verfahren gefertigt ist ein octa core mit 4 mal 2,4 gigahertz und 4 mal 1,9 gigahertz wie man den prozessor schon sehen kann reden wir hier von der unteren mittelklasse also nicht im oberen teil es ist okay wir haben hier einen prozessor mit dem wird man durchkommen man kann aber hier wirklich keine performance für gaming erwarten oder so und wie der name auch schon sagt haben wir hier auch nur 4g und nicht 5g das ist ja mittlerweile ja sogar ein bisschen standard geworden 5g haben eigentlich wirklich haufen smartphones auch für 200 euro teilweise gefühlt schon obwohl die wenigsten halt dementsprechend die verträge dafür haben deswegen ist das ist für mich persönlich kein kritikpunkt vom thema ram habe ich ja vorhin schon was gesagt und dazu will ich jetzt noch mal was hinzufügen wir haben wir zwar standard mit 6 gb ram dieser kann aber per virtuellen ram auf 8 gb erweitert werden das ist natürlich ganz cool dass das irgendwie so ein neues feature von honor ob man das braucht ich mag es bezweifeln bei dem android smartphone empfehle ich schon immer 6 gb ram weil android ist relativ rahmenhungrig aber 8 gb oder alles über 6 gb ist zwar nice to have aber nicht unbedingt nötig jetzt kommen wir schon mal zu den kameras und hier fangen wir mal an mit der 64 megapixel hauptkamera das klingt natürlich schon mal nicht schlecht aber auch der sensor der daran verbaut ist soweit ich weiß schon mehrere jahre alt sind es bald drei jahre und das ist halt auch nicht mehr nehmen wir das was wir jedes mal sehen wollen der ist zwar noch okay und der schießt ganz gute bilder besser als diese widerlichen 48 megapixel sensoren aber halt auch nicht wirklich das höchste der gefühle wir haben hier dazu noch eine 5 megapixel ultra weitwinkel was ich für ein ultra weitwinkel schon echt sehr sehr niedrige auflösung finde und dann natürlich die zwei maximal unnötigsten sensoren überhaupt einmal zwei megapixel makro und einmal zwei megapixel tiefen sensor die könnte man sich meiner meinung auch immer sparen auf der vorderkamera mir 16 megapixel mit einer blende von 2,5 das finde ich allgemein eigentlich ziemlich ziemlich in ordnung coole features die wir hier noch haben es ist unter anderem der 3,5 mm klinkenbuchse die finde ich relativ nice und ganz cool ich vermisse es bei mein pixel 6 immer wieder manchmal also ich besitze zwar drei verschiedene bluetooth kopfhörer insgesamt sind die haben den wert von glaube ich fast 600 euro also kann ich muss man selber schon sagen echt nur das beste vom besten aber trotzdem vermisse ich manchmal schon irgendwie auch einfach mal das kabel anzustecken vor allem weil die bluetooth kopfhörer gehen halt dann doch manchmal leer und da ist es natürlich schon deutlich nicer wenn man einfach auch die kabel kopfhörer anstecken kann vor allem weil die geräte teilweise unheimlich meckern bei verschiedenen adaptern und so das geht meistens gar nicht gleich finde es auch immer scheiße dass man da keine dementsprechend mitschickt der fingerabdrucksanz ist ja seitlich montiert schön im power knopf so wie man das kennt der müsste wahrscheinlich wie immer relativ schnell funktionieren im display finde ich immer cooler aber das muss jeder für sich selber entscheiden der akku hierbei hat 4000 mAh das ist für die größe in ordnung ist nicht sonderlich viel aber auch nicht sonderlich wenig müsst ihr von einer halbwegs normalen akkulaufzeit ausgehen können beim laden sind wir jetzt nicht gerade die schnellsten wir haben jetzt 22,5 watt so was wie 33 watt oder so fände ich schon ganz cool vor allem weil das schauen wir schon bei vielen ehrgeräten anbietet auch im sehr sehr günstigen preissektor zum aussehen noch zu kommen wir haben hier hinten rückseite das kameraelement erinnert mich ein bisschen arg an iphone das ist halt vier kameras in einem vierjährigen block hinten links oben das ist halt schon ein wenig lame auf der vorderseite finde ich dafür ganz cool wir haben hier unten ein bisschen dickeres kind dafür sehen die anderen ränder sehr sehr dünn aus und oben winziges punch hole das gefällt mir persönlich schon ziemlich gut und auch dieses bisschen kantige design einziges problem ist halt dass es sehr sehr an iphone erinnert und das finde ich immer persönlich ein bisschen unnötig braucht man das wirklich frage ich mich immer weil die leute kaufen das auch ohne dieses anreiz und das ist halt meiner meinung nach immer ein grund dafür dass irgendwelche leute gegen das smartphone schießen was ich immer persönlich unnötig finde man muss natürlich sagen dass das gerät schon in der günstigen preisregion liegt preis kann ich euch leider keine nennen ich gehe aber nicht von viel mehr als paar hundert euro aus also ich schätze hier mal mit einer preisregion von 200 fände ich das gerät ganz angebracht so bis zu 200 fruchzig rauf fände ich das ganz okay das liegt an der kamera also wenn wir es 300 sagen sehe ich mich mit ips panel schon nicht so in der region also 200 fruchzig fände ich ganz angemessen dafür haben wir hier ein recht gutes smartphone das muss man natürlich sehen und schauen wie viel es dann in deutschland und europa liegt ich allgemein freue mich immer über konkurrenz mal konkurrenz beliebt das geschäft deswegen finde ich jedes neue smartphone auch in der preisregion sehr sehr cool ich hoffe das wieder durch gefallen ich würde mich sehr über ein like und auch über ein aber freuen damit würdet ihr mich kostenlos unterstützen wie gesagt ich habe hier gerade noch die preise der chinesischen version die wir gefunden liegt bei 190 euro bei uns kostet das natürlich dann dementsprechend ein ticken mehr werden wir aber sehen bis zum nächsten video bis denn rein geht um